So Leute, grüßt euch und willkommen zu einem weiteren Part PC Budden 2 mal wieder weiter. Ich werde demnächst noch PC Budden 2 holen, aber erst einmal beflügen wir uns noch damit. Also weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie gut das jetzt dann laufen wird. Komplett perfekt flü- Eieieie! so was auch ein bisschen laut so okay wir haben es noch keiner ein bisschen auftrag ein guter den mann auftrag an zeit läuft roma gucken der jahre hier so schauer nämlich shopholz e-mail genau wenn man erst auch da kann also guten tag meine stand sonderseite wird laufend geändert denken sie ich habe mir vielleicht irgendwie einen wieder eingefangen während der 20 wer der 20 2018 morgen ein anniembarer termin ihnen scheint sich ganz schön staub angesammelt zu haben sieht ein bisschen öde aus da drin vielleicht würden ein paar kunststoff weiß kabel das alles schon machen also an die viren scan sauber machen und kunststoff weiß kabel okay wir nehmen an darf doch da habe ich ja alles da das ist alles bei mir perfekt irgendwo hier soll alles leute so zack rausschrauben 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 so ach so rechter maß und dann kann ich bewege alles okay perfekt ist aber wir machen es mal sauber ja genau er kann ich nicht auf was er redig guter fängt kreise drehen okay ach man ich räumen will was ist denn das jetzt wir müssen hier dran gehen genau jawohl yeah so jetzt ist alles schon sauber ja okay also wir haben schon mal perfekt sauber gemacht gut das heißt ah nee ich will ja weiße kabel haben richtig richtig das heißt kabelig erstmal nein 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 die ist doch kunststoff weiß oder nicht das ist nicht verarschterweise du hast doch schon kunststoff weiß kollega reiser was dass die da für schwach sind die jetzt ziehe ich die füße ab das sag ich dir so zack so kabel kunststoff Kunststoff einfach wie ich weiß, dann nehme ich mir die, halt mir fertig, zack, jieee, zack, 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 nee, die solltetern, meiner, ey, was ist doch noch, oder, ne, war schon, je, echt, je effective, okay, vater, moment amol, So, zack! Kabel! So, jetzt! Auf geht's! So, Moment, Moment! Nicht so schnell! So schnell noch nicht! Zack! Jetzt wurde ich auch noch dran! Und jetzt! Ja, wollen wir denn die Power-Taste jetzt hier, Alter! Let it know! Zack! So! Uhhh! Cool! Das ist noch mal! So! Programme in Zukunft entfernen! Wir haben den Scanner! Auf geht's! So! So! Weiter mal ganz kurz! Eine Sache will ich jetzt mal eben machen! Und wie ist die Body Simulator? Spielen! So! So! Hat funktioniert! Haben wir ohne Ende gerne! Jiiiihihi! So! Wir werden's keiner laufen lassen! Starten! Sagen! Jiiiihihi! So! So! Computer ist geschützt! Okay! Perfekt! Dann würde ich sagen! Dann! Ab geht's! Zack! No! Zack! Ja! Dann krieg noch ein! Zack! Zack! Ja! Wo ist denn jetzt zu passieren? Aber schau ich das unten! Was? Ey! Wo ist denn jetzt zu passieren? Was ist das jetzt? Wer ist denn? Achtung! BING! Perfekt! So! Jetzt hier oben! Glückwunsch! Du hast den 4 reich! Du hast voll 2 geschaltet! Ah! Cool! So! Nichts Auftrag! Ah! Da! So! Was ist denn? Was haben wir denn hier? Hey! Sie! Sie können für mich einige Upgrades vornehmen! Ich hätte gern 60 GB RAM! Sie wissen, dass wir es zum 20.02.2018 in zwei Tage schaffen! Mein Bruder hat TeamGrowbe in seinem PC und sagt, das sei vom allerfeinsten! Wir suchen die erst gar nicht mehr irgendwelche gebraucht hat unter die Suche! Ich will ausschließlich neu sein! Ich hau mir gleich die Fresse ab, Junge! Mir so ne Scheiße zu unterstellen! Ich glaub es hagelt! 16 GB RAM von TeamGrowbe! Alles klar! So! 16 GB RAM von TeamGrowbe! Okay! Dann machen wir mal! Team! TeamGrowbe! 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 16 GB RAM! Ich mach mal was stärkeres! Da! So! In den Warenkorb! Zack! In den neuen Tag starten gehen! Ebola! Iiiiiiii! 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 So! Zack! Da ist der rechte schon perfekt! Zack! Sodaji! Zack! So! So! RAM speicher! Zack! Ich sollte mittlerweile eigentlich auch gar nicht mehr so, da macht man nur noch eine Seite auf den RAM speichern und dann... Ja! Das war es halt ein, ne? So! Schapa! Feicher! Ich hab doch gekauft! Oh! Mist! Hab ich das gar nicht... Hä? Doch! Ja da war! Iiiiiiii! Scheiße! Mist! Kacke! Zwei Tage Zeit! Ich krieg schnell! Oh! Mist! Das gibt's doch wohl gar nicht! Oh! Das darf doch wohl nicht wahr sein, ey! Ich hab... Ich hab das vergessen! Versehen nicht vergessen! Auch noch... Oh! Oh! Mann, ey! So! Jetzt aber schnell! Jeetit! Foyunel! Was minja! Oh! Zack! Da haben wir ja! Und... Zack! So! Et voilà! Das war's doch schon! Für den Rest... Wieder... Schnell dran machen! Zack! 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 So! Kabel! So! Zack! 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 zack, let's go, dann gucken wir mal, so läuft alles, wunderbar, ja, 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 komm, zack, ausschalten wieder, ladies und länder, zack, ready, abgeht, noch geschafft ey, jawoll, so, ab mein Rechner, Geld abholen, wo bist du jetzt, du rollst, dir hauch die Füße ab, ey, ich hab dein Auto fertig gemacht, du schädelst doch nicht richtig, wo ist mein Geldkollege, da, kassieren, zack, äh, jetzt, der neunische Fabrik ist voll und hat, geil, ih, na, ja, hallo, was soll das, na, natürlich, bin aber zuverlässig, du holzschädel, glaube, betage bei dir, wohn war langweilig, etwa, Nessa, Kati, oh, ich höre, arbeiten sie mit Computern, können sie mir helfen und meine PC schneller machen, also, das heißt, CPU muss auf jeden Fall aufgerüstet werden, wenn es nicht so schnell wie ihr mal war, wenn es nicht so schnell wie ihr mal war, was, ach so, mir ist, was das gebraucht hat, dennoch hätte ich gern ganz neuer, von Frau Kerner, von Frau Kerner, von Frau, also, ja, ein Schlecker in C-Vigo, alles klar, die Sache ist, ja, scheiße, wo, 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 ok ok auf 5, aha ein Intel, also Intel muss das sein, ok da haben wir ein bisschen mehr Arbeitsspeicher rein naja, eine andere Grafikkarte der hat die zwei Grafikkarten drinne? was ist das denn schwarzen? na gut, mal gucken, wenn wir die Grafikkarten beide austauschen und den und den Rammspeicher, also alles davon kann ich das auflassen und dann hier hinzumachen? ne doch nicht, scheiße ok, erst einmal Shop so, Rammspeicher Team, Gro ja, die wirst du auch schneller haben, ne? Mädel, dann kriegst du es jetzt auch schneller, aber waa zack, zack so, dann Prozessor boah Intel, ne? i5, ja, i7er, aha, i7er, ist das schon das höchste, ok ist das sicher, bin ich noch ehre? ja, ähm, ja, ist sicher gut, zack, 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 zack dann nehmen wir hier den i7er grafikkarte grafikkarte nur gucken msi geforce nein, stärker, 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 aber ganz stärker ich will hier was schnell ich habe nicht, also werde ich das auch ordentlich machen ich habe eh genug, von daher 10, oh, fängt schon an gtx 1050 aber rtx oder sagen wir mal nicht, ne? gtx 1050 gtx nur 1550 ja, was ist das für schweiß ne? ok, wir machen folgendes msi 1050 ti 4g haben wir aber schlecht kurz gehabt okay d hier nehmen wir, zack zack, zack so, dann komm anzeigen Ebola so, zack zack, zack, beenden gehen und neuen anfang Ebola so so, zack jetzt sagt 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 so sagt nur zu oder sind auch ganz oha was ist aber immer ach du blöder mäßig die falsche seite mir aber sowas dämlich es darf doch wohl jetzt nicht weiter was ist das für spaß und wieso habe ich den den falsch rum was das für quatsch jetzt der stück aber was ich alles von der seite also sowas habe ich ja noch gar nicht erlebt das ist ja alles komplett das ist ja den komplett gespiegelt eingebaut so was habe ich noch nie erlebt also dass wir also sowas ist mir ja komplett habe ich noch nie gehabt ist ja mal interessant ein rechner bei denen alles gespiegelt herum ist so hinten raus und bei denen ist ja wirklich alles gespiegelt ist ja kurios zwei gar nicht wo es bescheuert ist da geht ja aber doch nicht zwei verschiedene grafikkarten so prozessor prozessor habe ich gesagt wie kann man denn noch so dämlich wie ich sei jetzt verkaufe ich den auch noch ich vollpfosten das darf jetzt nicht dein ernst sein mensch nein ich glaube das ist nicht also so dämlich wie ich darf man doch wirklich nicht sein im ernstes mal ja jetzt habe ich den pc wahrscheinlich auch schon verschissen ich glaube den auftrag habe ich damit auch jetzt schon verschissen also sowas damit habe ich ja noch nie hier lege ein paar junge ein paar sollte dass du holzschädel so zack 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 so jetzt zu uns auf der fasse drauf zack so prozessor kühlung sagt ja die zu jahr kommt zack so prozessor kühlung sagt ja jetzt weiter wieder sind wir keine arbeitsspeicher aber habe ich jetzt gerade richtig die alles in kompatie was das ist ein scheiß dreig hier wird doch wohl nicht okay dann aber wenigstens die grafikkarten jetzt braucht man da man also das ist ja eine riesen scheiße mit diesen rechner hier ist komplett nicht ganz normale rechner doch muss ich bereich so zahlraubiger daraus sozusagen sagt das ist bei mir schon mal komplett alles anders hier das ist ja so zwei verschiedene grafikkarten einmal ja wer macht denn sowas mensch so da haben wir sie ja zack das sind du musst die bauteile des kunden wieder installieren warum sie gibt also das das ergibt gar keinen sinn aber na gut wenn es so sein soll wird es schön ich wollte ja doch noch schnell machen wie die jeweilige naja na gut wenn es so sein soll nein 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 noch nicht mensch aber ich sehe auch das acht doch da ist ein arbeitsspeicher aha entfernen da ist der arbeitsspeicher zack und zack und so so ich bin ich bin ich den wieder einbauen okay da kann ich am rechner weiter nichts machen aber ich habe immerhin am wenigsten schnell eine cpu eingebaut jetzt ja gut ist auch ein interessanter was ich besser wollte zack 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 so 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 was so was so was so was so was ich noch nie erlebt habe ich noch nie erlebt denn naja zack 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 oh ich muss ich vereint halt ist vielleicht so vorbei zack zack so eben hochfahren zack zack jetzt gucken wir mal eben oh oh gigabyte nicht schlecht gut das macht aber wow ja ich höre mal eben tja vieles und ich gehe mal in das zack 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 Ja, hab ich doch gar... Wie unvorstelliger... Oh, scheiße! Ah, nein! Ich hab was vergessen zu... Oh! Ich hab's doch vergessen, noch die Platte dran zu bauen. Ich... Ja, die hier. Jetzt! Jetzt müsste es eigentlich passen. Zack. So, zack. Jetzt kann ich was hier. Bingo. Zack. Yee! So. Neueter, Adata, Ulti, Ultimate und Jawohl. Ja, cool. Aber Leute, die Zeit ist heute nicht abgelaufen. Weiter geht's dann, ne? In der nächsten... Im nächsten Part, in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund. Aboniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.